Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer RebornXHD. Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wie ihr es dem Titel schon entnommen habt, es ist leider nur ein Infovideo. Ich habe mehrere Sachen, die ich mal kurz ansprechen möchte und von euch ein Feedback dazu haben möchte, weil ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen soll auf meinem Kanal, so sage ich es jetzt mal am besten. Und ja, als erstes, das Gameplay im Hintergrund ist von Call of Duty Ghosts, also von mir erspielt, ist das Gameplay. Ich weiß noch nicht, was das für uns ist, ich glaube aber es wird ein kurzes Waffenspiel oder so, weil ja, Waffenspiel ist halt immer kurz, kann ich eben schnell eine Runde aufnehmen und da werde ich auch oft erst da und so weiter jetzt nur nebenbei. Und zwar, es geht darum, um eine neue Serie und ich hätte da jetzt was im Kopf und zwar ist es, wenn ich neue, also wenn ich online spiele, ob es Ghosts ist, MW2, MW3 oder sonst was halt, wenn ich irgendwas online spiele oder Private Matches mache, dass ich die dann nicht komplett hochlade, weil diese 20 Minuten, wie lang ungefähr so ein Video gehen würde, die finde ich selber ziemlich langweilig, wenn ich mir das angucken müsste. Deswegen habe ich das dann vor, so zu machen, dass ich dann immer die Highlights aus diesen 20 Minuten, sage ich mal, in ein 5 Minuten Video zusammenschneide, sodass dann die Zuschauer, also ihr, dass ihr dann einfach ein schön kompaktes Video habt, was dann auch Spaß macht zuzugucken, was dann halt nicht so in die Länge gezogen ist, wegen den ganzen, ja, wegen den ganzen unnötigen Stellen in dem Video. So dachte ich mir das, sodass ich dann eh, also sodass ich eventuell so eine neue Serie machen würde daraus, wie sie dann genau heißt, das kann ich euch leider noch nicht sagen, aber da könntet ihr ja vielleicht mitentscheiden. Ihr könnt ja einfach mal einen Namen in die Kommentare für so eine Serie schreiben, dann würde ich mal gucken, vielleicht gefällt mir ja einer, dann würde ich den eventuell sogar nehmen. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber okay. So, und, ähm, ja, dann hatte ich noch hier als zweiten Punkt, habt ihr Ideen für eine neue Serie, die ich auf meinem Kanal bringen kann? FIFA brauche ich nicht, da werde ich, wenn dann Hybrid Squad Builder, Squad Builder oder was weiß ich machen, oder halt die von Percy Road to Glory, aber so irgendwie COD-Serien, weshalb ich meinen Kanal ja auch gemacht habe, wegen COD, hättet ihr da irgendwelche Ideen? Weil ich hätte da jetzt nicht unbedingt eine Idee, deswegen wollte ich euch fragen, und ja, das dazu, und dann noch eine Sache, es geht um die Serie Meine Meinung. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich dafür nur eine Folge hochgeladen bisher, und aus dem einfachen Grund, weil nach meinem Ermessen kam es mir so vor, als wäre diese Serie nicht so gut angekommen, deswegen wollte ich hier nochmal euch fragen, soll ich denn diese Serie weiterführen, oder soll ich die lieber sein lassen und irgendwie was anderes machen. Weil ich fande, also ich persönlich fand die Serie eigentlich ganz gut so, vielleicht die erste Folge nicht, die hätte man besser machen können, naja, wer weiß, aber auf jeden Fall, ähm, ja, also die Idee der Serie, die fand ich gar nicht mal so schlecht, wenn ihr da irgendwie Verbesserungstipps habt, oder direkt sagt, nein, die wollen wir einfach nicht mehr haben, ist auch gut, dann werde ich die nicht mehr machen, aber am besten so, dass ich es lesen kann, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich dann weiter diese Serie mache, und dass sich keiner anschaut, weil das ist ja dann auch blöd. Ja, das war's dann jetzt auch eigentlich, ich hoffe, ihr schreibt mir genug Feedback in die Kommentare, sodass ich da auch ordentlich was lesen kann, und ein paar Verbesserungsvorschläge und so bekommen kann, weil momentan bin ich selber nicht so zufrieden mit meinem Kanal, wie es mit meinen Videos läuft und so weiter, deswegen hoffe ich, dass ihr mir da ein bisschen entgegenkommen könnt, dass ich mehr für euch mache, indem ihr etwas für mich macht, und ja, das war's dann auch schon, ciao, bis zum nächsten Mal, euer RebornX HD, peace out.